Keine Kühe, aber wir haben Schöfe, Winnipeg-Schweine, einen Katzen, Hund, Hühner, früher haben wir noch einen Eselkau für mich, wenn ich ritten konnte. Aber der ist jetzt... Salami! Nein, Eleppon! Nein, Eleppon! Verkauf! Ja, er ist jetzt weg. Wieso habt ihr noch verkannt? Weil ich nicht mehr ritten kann. Zu gross. Ja. Das ist gross. Ja. Das ist gross. Äh... Vorher zu arbeiten habe ich eigentlich immer die Kleider an. Und... Ich verwandle mich. Ja, ja. Ja, ja. Nein. 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 Nein.